Hallo, mein Name ist Meltem und heute stelle ich Ihnen die Tassenserie Classico vor. Sie alle kennen die massive Scherbenstärke der typisch italienischen Tasse. Diese Scherbenstärke haben wir in die Serie Classico eingedeutscht, da die Apfelform dem westeuropäischen Geschmacksprofil mehr entspricht. Die Tassen eignen sich für alle Heißgetränke wie Kaffee, Cappuccino und Espresso und lassen sich in über vier Tassengrößen einfach zubereiten. Wie Sie sehen können, ist das Design dieser Tasse eine neutrale, apfelförmige Körperform. Die dickwandige Ausführung sorgt für einen längeren Heißgenuss und dies möchte ich Ihnen an der Tasse CL001 an unserer Espresso Tasse verdeutlichen. Als Gastgeber kennt man das Problem, dass trotz vorgeheizter Tasse der Espresso beim Gang zum Kast bereits an Temperatur und an Cremerschicht verliert. Um dies zu vermeiden, richteten wir den Schwerpunkt auf die Scherbenstärke, die für einen besseren Erhalt der Qualität sorgt. Nun gibt es diese Tasse auch in mittelgroßen Größen wie die CL004, ideal gedacht für Kaffee und Cappuccino. Dann haben wir hier die CL033, ideal für Schokolade mit Sahne oder für einen etwas größeren Cappuccino und zu guter Letzt ist das unsere CL007 für einen optimalen Milchkaffee oder eventuell für einen Kaffee Grande. Die neutrale Serie Classico kennen Sie über einen großen Formenpark an Untertassen in alle Tellerserien von Holzporzellan und was wir natürlich nicht wollen, auch in andere Fremdpaprikate korrespondieren lassen. Hier haben wir zum Beispiel die Untertasse OTT, die sich ideal für die Tellerserie Stahlbrand eignet oder hier die UTA für glatte Tellerserien wie Basic, Harmony oder Vital Level und zu guter Schluss nochmal die Fine Dining für die Fine Dining Serie. Das war ein kurzer Einblick in die Serie Classico. Weitere Informationen finden Sie in der Detailbeschreibung unter dem Reiter Form Classico. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.